Ein neuer Ford C-Max steht hier zum Verkauf. Der blaue Van ist 5-türig, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 1000 Kilometern. Der Van besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelden, Navigationssystem, ESP, Bordcomputer und noch vieles mehr. Der sparsame Diesel hat eine Leistung von 150 PS und wird über ein Automatikgetriebe gesteuert. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 25.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.